Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir haben mal wieder eine Powerbank da, um genau zu sein, die Chuktec PB250 mit satten 25.000 mAh, 210 Watt maximal im Output, das ist die Chuktec PB250, wir gucken uns das Ding einmal an, viel Spaß mit dem Video. So, erstmal ein Blick von draußen drauf, also ihr seht, wir haben hier so ein kleines Display, oben dann drei Ports, die wir verwenden können, zweimal USB-C, einmal USB-A, insgesamt 210 Watt kommen da raus und es sind 25.000 mAh brutto drin. Gucken wir mal auf die Rückseite, sehen wir die Daten von gerade nochmal, ist jetzt vielleicht weniger spannend, hier nochmal die genaue Modellbezeichnung PB250, die ist ja immer nicht ganz klar bei Chuktec, zumindest mir nicht, hier in dem Fall ist es die Modellbezeichnung PB250. Wir haben zweimal USB-Typ C, einmal A, wir können maximal 100 Watt reinpowern, das gucken wir uns gleich dann direkt nochmal an, rauskommen maximal 210 Watt und das ist dann aufgeteilt auf die Slots, dass wir sagen, wir haben 100 Watt USB-A, 100 Watt USB-C, wir haben 14.000 mAh Rated Capacity und ansonsten, ja, Lithium-Ionen-Zellen, genau, ja, ich würde sagen, das war es dann schon und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir packen das Ding aus und gucken es dann einmal an. So, dazu schneiden wir hier einmal die Seite auf und ich nehme es schon mal vorweg, Überraschung, Überraschung, es ist mehr drin, als ich erwartet hatte, denn tatsächlich befindet sich in dieser Verpackung nicht nur ein Kabel, sondern direkt zwei. Es ist noch eine kleine Anleitung dabei, die schenken wir uns jetzt mal, ansonsten haben wir hier wenig überraschend einmal die Powerbank an sich, die ist schon nicht ganz klein, aber 25.000 mAh müssen ja auch irgendwo hin. Und hier seht ihr, wir haben tatsächlich zwei Kabel dabei, einmal USB-C, USB-C, das ist dieses hier, das ist etwas kürzer und dann einmal USB-A, USB-C, aber in einer hohen Leistungsklasse, denn mit dem Ding werden wir gleich den USB-A Port mal checken, wie viel kommt denn da raus. Vermeintlich bis zu 100 Watt, ich bin schon sehr gespannt, das schaffen ja nicht alle aus USB-A auch 100 Watt dann rauszuholen, aber wir gucken mal, ob Juke Tech das hinbekommt. So, erstmal aber einmal noch kurz im Detail, also wir haben hier eine, ja, ich sag mal matt-silberne Oberfläche, die auch nicht für Fingerabdrücke sonderlich anfällig ist, hier die Beschriftung ist so ein bisschen aufgedruckt, ansonsten sieht das hier schon, ich würde mal sagen, sehr wertig aus, auch die Verarbeitung vom Knopf an der Seite und hier oben, das sieht alles gut aus, da gibt es eigentlich nichts zu deuteln, wenn man hier mal auf den ersten Blick drauf guckt. Hier ist dann das Display, es sind natürlich nicht 80, sondern 8, ich halte es gerade falsch rum, aber gut, das ist jetzt erstmal weniger relevant, dann haben wir ansonsten hier oben die drei Ports, einmal den In und Out sozusagen, wo wir 100 Watt reinkriegen, 100 Watt raus, hier kriegen wir 100 Watt raus und ganz rechts kriegen wir 45 Watt raus. Die 100 Watt übrigens vermeintlich nur mit diesem Kabel, ich würde mal sagen mit einem hochwertigen USB-A, USB-C Kabel und auf dem letzten Slot, wie gerade eben schon gesagt, bekommen wir maximal 45 Watt raus. In Summe würde ich sagen, gute Verarbeitung, keine scharfen Kanten oder ähnliches, alles richtig gut, Druckpunkt von dem Power-Button oder von dem Knopf um das LED-Display einzuschalten auch gut, wiegt natürlich auch ganz ordentlich. 25.000 mAh müssen natürlich irgendwo A untergebracht werden und B wiegen die natürlich auch ein bisschen was. So, schauen wir mal kurz, wie viel reingeht, also wie gesagt, dieser Port hier ist dann auch der, mit der ihr die Chuktec PB250 aufladen könnt, von daher gucken wir jetzt einmal kurz hier grob, denn ich sage immer, diese zwischengeschalteten Geräte sind natürlich nicht ganz genau, aber wir gucken mal, 92 Watt, ja. Also da bewegen wir uns tatsächlich auf dem Niveau, was man auch erwarten darf, das Netzteil hat deutlich über 100 Watt, was wir hier verwenden, also insofern 93 Watt, 100 Watt werden schon sauber reingehen, nimmt mal ein bisschen was weg für die Messmethodik hier, die ist natürlich nicht ganz genau, das weiß ich selber, aber einfach um ein Gefühl zu kriegen, also 100 Watt scheinen da tatsächlich auch ohne Probleme reinzugehen. So, was wir reingekriegt haben, wollen wir natürlich auch rauskriegen, deswegen habe ich hier auf meinem MacBook gerade mal einen CPU-Test laufen lassen, sodass wir wirklich eine maximale Auslastung hier hinbekommen und dann sehen wir hier einmal, dass wir über den USB-A-Port hier tatsächlich auch die 100 Watt aus der Powerbank rausbekommen. Und da muss ich tatsächlich sagen, da bin ich etwas überrascht, also positiv überrascht, weil das kriegen tatsächlich nicht so viele hin, dass man wirklich die 100 Watt dann nachher auch rauskriegt, viele schreiben das, aber nachher passiert es dann nicht. Wir gucken mal eben, was hier auf dem USB-C-Port, der auch mit 100 Watt maximalem Output geratet ist, ja kommt und da sehen wir, dass das jetzt gerade so ein bisschen hochläuft und auch da kommen wir auf die 100 Watt. Also ihr kriegt da tatsächlich 100 Watt raus. Jetzt muss man natürlich immer sagen, das MacBook zieht ja maximal auch nur 96, also insofern ist das ein bisschen unfair jetzt hier, aber das Maximale, was wir brauchen, um das MacBook 14 zu laden, kriegen wir hier auch raus. Und dann sehen wir hier, dass wir sogar ein bisschen mehr als die 45 Watt rauskriegen. Nochmal, Messmethodik ungenau, weiß ich alles, aber ihr kriegt hier definitiv 100 Watt auf USB-A, USB-C raus und auf dem USB-C 2 werdet ihr sogar ein bisschen mehr oder ungefähr auch die 45 Watt rauskriegen. Wenn ihr natürlich alles kombiniert, sieht die Welt wieder ein bisschen anders aus, das ist dann wieder eine etwas andere Welt, aber dass über den USB-A-Port tatsächlich mit diesem Kabel hier die 100 Watt rauskommen, da gibt es auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Wie gesagt, schafft nicht jeder Powerbank-Hersteller. Gut, was gibt es jetzt in Summe zu sagen? Also gute Verarbeitung, optisch für mich sogar auch ansprechend, ist natürlich ein bisschen groß, aber 25.000 mAh brauchen halt ein bisschen Platz. Druckpunkt des Knopfes auch sehr gut aus meiner Sicht, da gibt es nichts zu deuteln. Das Display ist auch in der Anzeige sehr sauber. Es hat natürlich nicht viel mehr, als euch nur den aktuellen Status anzuzeigen, aber mehr braucht man, glaube ich, bei so einer Powerbank im Zweifel auch nicht. Die drei Ports auch sauber verarbeitet, es gehen 100 Watt rein, es gehen 100 Watt raus, genauso wie versprochen. Gleiches auch auf dem USB-A-Port, tatsächlich mit dem mitgelieferten Kabel, mit meinem eigenen Kabel hat es übrigens nicht funktioniert. Und der USB-C-Port hinten dann nochmal 45 Watt. Also in Summe, glaube ich, solltet ihr damit gut ausgestattet sein. Für den Preis von knapp unter 50 Euro würde ich sagen, geht das schon in Ordnung für die Qualität, für die Verarbeitungsqualität. Das Ding ist nicht ganz klein, aber hat eben auch 25.000 mAh Kapazität. Gut, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich über jeden Kommentar oder jede Frage. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay. Okay.